Also ich bin Miriam, ich bin 20, komme aus Karlsruhe, ist in Baden-Württemberg und ja, meine Familie hat drei Pferde, Mira, Wild Wind und Daily Pleasure und über die berichte ich auf meinem Instagram-Account und auf meinem Facebook-Account und über YouTube. Auf Instagram heiße ich Miriam Viola, auf YouTube Miriam Viola Vlogs und auf Facebook Mira, Wild Wind und Daily Pleasure, sehr einfallsreich, genau. Da berichte ich halt so über das tägliche Leben, was wir so machen. Auf YouTube mache ich hauptsächlich Turnier-Follow-Me-Around, weil das am besten ankommt eigentlich. Genau, das ist so, was ich so mache und sonst halt Bilder, ganz normal, ja. Fuchs oder Rappe? Eigentlich eher Rappe, aber Fuchs finde ich auch Dunkelfuchs ganz schön, aber sonst Rappe. Kaffee oder Tee? Tee, ich trinke gar keinen Kaffee. Kino oder Netflix? Netflix. Pizza oder Pasta? Oh, das ist schwierig. Also ich liebe italienisches Essen, aber ich glaube eher Pasta. Früh- oder Spätabsteher? Spätabsteher. Bandagen oder Gamaschen? Bandagen. Foto oder Video? Äh, es kommt immer darauf an, bei was für einer Situation, aber ich glaube eher Foto. Hund oder Katze? Katze. Schokolade oder Weingummi? Oh, eigentlich eher Chips. Süßigkeiten mag ich nicht so gerne, aber dann eher Weingummi. Außenplatz oder Halle? Außenplatz. Esskatron oder Rauch von Kuchen? Esskatron. Hose oder Rauch? Äh, Hose. Stiefel oder Chips? Stiefel. Gold oder Silber? Gold. Braun oder Schwanzleder aus Rüstung? Ähm, also ich finde braun, das kommt total aufs Pferd an, dann finde ich braun eigentlich schöner, aber bei meinen Pferden passt leider nur schwarz. Pferd oder Pony? Ähm, eigentlich hätte ich lieber einen Pony, aber ich habe Pferde, also sage ich Pferd. Dressur oder Spring? Dressur. Apfel oder Möhre? Apfel.